Im Abstiegskampf in der dritten Liga begegnen sich heute Fortuna Köln und der FSV CK am 23. Spieltag Spox präsentiert euch alle wichtigen Informationen zum Spiel, wie die Übertragung, den direkten Vergleich und die aktuelle Tabelle. Sowohl Fortuna Köln als auch der FSV CK haben vor Saisonbeginn den Klassenerhalt als klares Ziel ausgegeben. Derzeit sieht es bei den CKern etwas besser aus, die Sachsen haben 25 Punkte auf dem Konto und damit zwei Zähler mehr als die Fortunen. Zusätzlich darf der FSV noch ein Nachholspiel austragen. Mit 23 Zählern belegen die Kölner den ersten Abstiegsplatz und gewannen nur eins der zurückliegenden zehn Spiele. Der Rückstand auf Tabellenplatz 9 beträgt jedoch nur fünf Punkte. Im Jahr 2019 unterlag das Team von Coach Uwe, Cochina, den Spitzenteams Karlsruhe und Halle. Fortuna FSV, wann und wo wird das Spiel ausgetragen? Das Gastspiel des FSV CK bei Fortuna Köln findet heute um 14 Uhr im knapp 15.000 zuschauerfassenden Südstadion im Kölner Stadtteil Zollstock statt. Köln vs. CK heute im TV, Livestream, TV und Live-DK. Das Spiel zwischen Fortuna Köln und dem FSV CK kann nicht im Free-TV verfolgt werden. Magenthal-Sport überträgt alle Drittliga-Partien live, auch im Livestream. Für alle Telekom-Kunden ist der Pay-TV-Sender kostenlos, ansonsten kostet das Abonnement 9,95 Euro im Monat. Kommentator Stefan Volkert und Moderator Thomas Wagner begleiten euch durch die Begegnung. Spox bietet euch zur Partie Fortuna gegen CK einen umfangreichen Live-DK mit allen Highlights aus dem Kölner Süden. Fortuna gegen CK, die vergangenen Partien Wettbewerb, Datum Heimmannschaft, Ergebnis 3. Liga 11. August 2018 FSV CK 1 Uhr 3 Liga 5. Mai 2018 FSV CK 1 Uhr 3 Liga 2. Dezember 2017 Fortuna, Köln 1 Uhr 13 Liga 23. April 2017 FSV CK 2 Uhr 13 Liga 18. November 2016 Fortuna, Köln 2 zu 1 Dritte Liga Die Tabelle vor dem 23. Spieltag mit Köln und CK-Platz Teamspiele Tore Tor Differenzpunkte 1. VfL Osnabrück 2.233 zu 1.617.472 Karlsruher SC 2137 2.116.423 St. Hallescher FC 2226 1. 197.404 KFC Uerdingen 0522 2829 bis 1.375 SV Wehen Wiesbaden 2.042 zu 3.012.366 SPVGG Unterhaching 2.142 zu 2.022.357 SC Preußen 06 Münster 2.230 zu 2.91.338 Würzburger Kickers 2.233 zu 2.67.309 1 FC Kaiserslautern 2.225 zu 1.32.710 1.860 München 2.232 zu 2.662.711 Sportfreunde Lotte 2.222 zu 2.42.712 FC Hansa Rostock 2.127 zu 3.72.713 FSV CK 2025 zu 2.412.514 SV Meppen 2.229 zu 3.32.415 515. Energie Cottbus 2.127 zu 3.32.316 FC Carl Zeiss Jena 2.227 zu 3.30.112 2.317 SC Fortuna Köln 2.221 zu 3.30.112 82.318 Sonnenhof Großharspacht 2.216 zu 3.32.712 1.19 Eintracht Braunschweig 2.124 zu 9.30.112 1.52.020 Allen 2.125 zu 4.30-917 1.52.127 zu 4.30-917